Agenturen Ich bin doch hier Wir haben die Anmut verstanden, sie dürfen in die Kommentare schreiben Ja, Ken, Toplane Ja, läuft, hab ich gehört Wird geil Hoffe ich Ich bin der Game Ruler Jetzt wo ich den Char auch verstanden hab, wie er funktioniert Wird gut Doppelmitte? Dreifachmitte Nein, Doppelmitte, ihr fehlt hier und Einer hat sich verlaufen, glaub ich Mist, musste sie da hinrennen? Ich glaub er auch Kann man Doppelmitte spielen, Sura? Könnte man machen Ja, okay, die Hedda ist wieder weg Zum Geseh sie nicht mehr Ich sag ja, die hat sich verlaufen Verlaufen Die haben keinen Chakra, also Doppel-Toppeln Das wär aber blöd Da hab ich in letzter Zeit immer verloren, wenn so ne Kacke passiert Ja, nein, Doppelmitte Viel Spaß, halt dich schön auf Distanz Ach, da komm ich schon hin Ich hab einen Trinder Trinder, komm ran da Dann tret' ich dir in deinen Hinder Äh, in den Hindern Spin to win Oh, komm, nervt mich rum Hotel Wir haben auch Doppel-Odc Bist du einfach mal? Okay Abklapp de Manzi, gib mir Geld Oh, nervt doch nicht, Mann Hä, es ist Seth wieder weg Ich könnt's nicht auch nicht entscheiden Hä? Hat er wahrscheinlich Busch ist Äh, die Ich kann schießen Ah ja Interessant Was war das für ein Leck? Hallo Mann, das ist ja doof Ich brauch' ne Witz Ich brauch' ne Witz Verloh'n sich das nicht Hm Oh, 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 da steht jemand Busch Sind ganz schön nervig Ja Er hat mich gehunt Er hat mich zu huhnen Er probiert dich zu retten Seth ist wieder da Okay, dieses Spiel wird nicht ganz so leicht wie das von vorhin Wer, wer hat da ein Elefanten bei sich zu Hause? Hä? Das war das Fenster grad, weil es bei uns stürmt, hab ich's jetzt grad mal zugemacht Sturm ist doch toll Piste ohne Ende Hä? Sturm ist toll Brutzell Noch mehr Brutzell Noch mehr Brutzell Okay Ja, lauf Lauf, kleines Mädchen, lauf Auch wenn du kein kleines Mädchen bist, sondern ein nerviger Tryndale Was, was, was bedeutet dieser rote Wutbalken beim Tryndale? Ist das ein Mana? Äh, nein Rote Wutbalken, wenn der voll ist, äh, geh weg von ihm Ja, das ist aber nicht die Definition, also die Erklärung Man probiert ihn nicht zu feiten Ja, was macht das denn? Ähm, wenn er den Wutbalken voll hat, kann er sich erst mit seiner Kuh wesentlich mehr heilen Zweitens hat er 35% Okay 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 Nicht mehr, okay Hab's mir grad was anderes über dich mit dem, okay Kommst du klar Nudel da alleine in der Mitte? Also noch Bin ich nicht gestorben Ja Der einzige Feind in meinem Körper ist Das war Anna Ach so, ich dachte du selbst Hä, der Feind in meinem Körper? Ja Es ist, er muss aufs Klo oder so Es hat mich getroffen Es hat mich getroffen Fries Civil Connected Fries Super Was willst du denn von mir, Mann? Geh mir doch nicht auf Nüsse Cleptomancy Gib mir all dein Geld Na gut Dann geht's Oh, warum ist die denn nicht ready? Fies Hä? Na komm her Hast du ein Glück, dass ich gerade gute Laune habe, mein Freund Oh, ich hab gerade gesehen, wie mit Niens geboren werden Ja, wie werden die denn geboren? Kommt der Storch vorbei? Brutzel Das ist aber schön, dass du sowas tolles kennenlernst Brutzel Oh, Ulti Ulti ist ready, okay Vielleicht sollte ich ihn töten, solange ich meine Ulti noch habe Bin gerade am überlegen, ob ich noch zu Nudel helfen Du kannst mal zu mir kommen Niemandem Killstealer helfen Verdient er das halt nicht Da wird Zeit für, ach so, der hat ja auch Na komm Nö, wenn ich zu dir komme, brauche ich viel zu lange, um wieder zu Zina zu kommen Das tut mir leid Daher nein Ich habe übrigens echt viel zu tun, zwei Jungles gleichzeitig, das ist Wahnsinn Ja, das ist schrecklich, da kommt man schon gar nicht mehr zum Ganken Zwei, zwei Jungles gleichzeitig Na gut Probleme, die die Welt nicht brauchen Das sind First Garty Problems Was los? Drachy Ich habe persönlich in die Falle reingesprungen Ja, mein Drachy Der war ziemlich knapp, der Drache Weswegen? Weil er dich fast im Ball ein bisschen hätte? Ja, ich hatte quasi keinen Lebensballen mehr Oh Ich hätte mehr, das habe ich jetzt auch Die steht im Gipfel steht Proto-Bild Egal, ich werde eher stark im Blade Daher ist es egal Im Blade-Game werden die mich hassen Ich hasse dich auch jetzt schon, das ist doch nicht schlimm Ich bin mal gespannt, wenn mich im Blade-Game hassen wird Jetzt ist die Bitte komplett weg Brunsel, 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 brunsel Oh, der rennt auch noch nicht rein, das war nett von dir, Kollege Was glaubst du denn, wie lange du noch lebst, mein Freund, hm? Ja, nicht mehr lange auf jeden Fall Komm ran, drinnen da hier, hau nicht mal ab von mir Du bist so langweilig, ehrlich, ohne Witz, Mann Ja, schon besser, genau so macht man das, komm Komm, wir haben meine Ulti ready hier, brunsel, brunsel, brunsel Jetzt hast du erst mal zwei, drei, jetzt ist keiner mehr da Nein Nein Ich sete es wieder da Komm da, Axel Ne, da muss ich jetzt leider nach Hause gehen, das ist so gefährlich Was? Nix, alles gut, danke Brunsel, 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 brunsel Warum machst du das? In der Basis Äh, bin schneller Ah, das ist eher mit meinem Movement Speed Okay Na gut Ich muss ja schneller wieder zu meinem Tau kommen Wieso ist da ein Schmetterling auf meinem Bildschirm? Wieso ist da ein riesen Schmetterling? Was ist das denn? Okay, reden nicht drüber Na, 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 da bin ich ja schon wieder Oh, ich muss mal den Minion Auflöser benutzen Wozu braucht man so nen Kack eigentlich, ey? Weiß nicht, warum du so nen Kack holst Es steht in der Bild drin, was soll ich da machen? Also, nicht in der Bild, aber In ner anderen Bild Hab ich in der Bild-Zeitung gelesen, das macht von heutzutage so Endlich wissen wir, wo Opa Luis seine Bildung her hat Oh nein Fies von euch Es gibt doch ein schönes Lied dazu Ja, ja Jetzt ist meine Mitglied wieder weg Die Irelia ist, glaub ich, Abka Zumindest seh ich sie nicht mehr Mann, dass der immer seine Ulti-Up hat Was ist denn hin? Ja, geht doch Ja, warum tankst du auch jedes Mal die Ulti? Nee, ich hab ja nicht geohlegetankt Ich will den Kamer nicht drinken Er hat die nur immer so lange und ist dann unverwundbar Und irgendwie hat er die immer ab Ja, aber ab wann hat er die ab? Ja, aber trotzdem kann ein Cooldown Wieviel Sekunden? Wieviel Sekunden? Wieviel Sekunden? Das heißt, viel schneller als ich meine Ah, Papp Toll Oh, Tina, bleib stehen! Ich wollte zu dir rennen Oh Ja, ich wollte mich hinter dich flashen Ja, ja, ja Ja, ja Das ist nämlich jetzt sauer Das ist nämlich jetzt sauer Jetzt ist er, jetzt ist er Richtig mad ist er jetzt Genau Da siehst du, sag ich doch, der ist mad Jetzt kannst du kommen Wo bist du denn? Du bist ja nicht mehr in meiner Nähe Falsch richtig verlaufen Ja Das glaube ich halt auch Der ist halt jetzt ziemlich voll, ne Da kann ich nicht mehr ganz so viel machen Vieles von ihm, vieles von ihm Und Brotze Oh nein, du hast ihn aus meinem Ding Den Brotze rausgeworfen Fies von ihm Töldin, Dankeschön Töldin, Dankeschön Ah, der ist so blöd und rennt dir echt hinterher, ne? Ja, ja Der hasse mich Los, mach mal die Minions weg Okay Erledigt Brotze Oh, da wollte ich hinwerfen Ja, ja Das war der Plan Zusehen, wie gut ich den daneben geworfen habe So gut daneben werfen tut kein anderer Der beste daneben werfen Ja, war Louis der beste daneben werfen Bling Schaffen wir nicht Schaffen wir nicht Schaffen wir nicht, komm zurück, komm zurück, Adi Wir machen die jetzt nochmal weg Und dann kriegen wir die Tower Theoretisch Ich mach einmal Brutzel, 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 Brutzel Warte jetzt, hau nicht ab Mach einfach schnell die Minis weg und dann ist fertig Oh, komm So, wir haben den Oh, na gut Vielleicht aber auch nicht Oh, fies Komm, wir versuchen es einfach Was dann von der? Ja Mach mich halt jedes Mal wegen dem Stun kaputt Der Stunt ist eigentlich Einfach eine Tower machen Ja, so glücklich Man kann echt den Tower machen nämlich Machen wir noch ein paar Minions hier, Brutzeln Und dann darfst du jetzt nach Hause Oder in den Dschungel zurück Ist mir egal wohin du gehst Sehr schön Okay, du willst ihn nochmal haben Okay, ja gut Na gut Wenn das so ist, dann komm ich auch Warte auf mich Warte auf mich fies von dir Ohne mich anzufangen Das ist unfair Ohh Gotti Tu ich doch auch nicht Wie nach? Geholt die Nein Das ist deren Strafe dafür, dass sie doppelt Mitte gespielt haben Trottel Da geht mal nichts an in seinen Dschungel Und dann konkurrierenden Dschungel Ja Es drückt halt Schaden Hast du nicht mit gerechnet, dass da noch ein anderer Jungler ist, ne? Da ist übrigens schon wieder einer drin Okay Das steht ja gar nicht Er schaut mir halt einen Schaden Los, mach was Nein Nein Balui? Nein, ich bin nicht mal in der Nähe Nein Der hat bloß noch Der hat nichts mehr Ja, der hat grad abgebogen Ja, der hat grad abgebogen Was ist denn der? Der hat jetzt runter Zu gefahren, nach unten Weiter, weiter weg noch Da Geht's hin Okay, gute Arbeit Ich lass dir auch deine Minions, Balui Sind zwar alle Loller, aber so ist sie dir Ja Wer weint denn da jetzt rum Einfach durchblitzen Ja, ja Mit dem Blitz-Kombo Oh nein Die Minions sind doof Die Team Die Team Im Gegensatz zu den Gegnern Spielen die Minions Deswegen ist es zusammen Brutte Ich hole mal hier ein bisschen auf Gotti, kann ich dir ein Blut bekommen? Ja, ja, hol die Ich hab eh genug davon Ich hab zwei Blut, zwei Reds, also Ja, aber kannst du mir helfen, sonst sterb ich vielleicht Ja, Moment Der Gegner wurde getötet Ah, okay Vorsicht Tina Ach so, ach hier, ich hab Besuch Ah Okay, okay, ja dann Okay, na dann Ja, das ist auch keine gute Idee Hä, 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 hä Nicht wegrennen, bitte nicht Bitte nicht wegrennen Nicht wegrennen Komm her, komm, kuscheln Komm, kuscheln Bitte Okay Er ist kuscheln gekommen Yeah Aber in Doppelgelma Bin halt fies Jedes Mal wenn ich low bin, kommt irgendeine Ulti auf mich Mimimimi Genau So herfies Ja, das ist aber trotzdem Da ist eine Ashie Oh, hab dir gesagt, die ist stark? Oh, ne Ashie ist der Nomnomnom Okay Die ist halt echt nicht stark nur, wenn die mir die Ulti reindrückt Dann ist es halbzu ziemlich kritisch Tut mir leid für sie Hä? Können die ja versterben. So, ich gehe da mal nach Hause. War schön hier bei euch, ich muss aber neue Sachen kaufen. Und ich bin zu low, um den Tower zu machen. Oh oh, oh oh, Nudel, oh oh. Was wollte ich eigentlich kaufen? Weiß ich auch nicht mehr, ist doch egal. Hast du den Z etwa geärgert in der Mitte? Nein. Na gut. Cut. Nicht die, boah, bist du hart, Alter. Das war nicht gut. Das war mein Kill. Ich hab nur auf Minions gewartet. Nudel, Mann. Die kommen nicht mehr. Was? Du musst ja auch töten, nicht nur so tun, als auch. Ja, auf unsere. Ja, wenn die wegflaschen. Ich hab auch nicht so ne riesen Range. Oh Gott, da kam nen Pfeil. Ja. Der hat sich immer noch üblich betreut. Ja, je nachdem, wie weit die Range ist, umso länger Stunter. Bram, 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 bram. Piu. Ich kann brutzeln und ich werde es benutzen. Hallo, Towerchen. Ich hab gehört, du möchtest sterben. Ach. Oh, Nudel-Feeded. Übelst. Gelb. Ein Tod. Ja, weil ich mich in dich reingestellt hab. Nach, nach, nach. Schau, da klappen kann. Böser Set. Willst du mich doch nicht töten? Ich will doch nur dein Inhib. Oh nein, da sind zwei. Leute, das ist nicht mehr ganz fair von euch. Und wir auch noch im mittleren Tower, bleibt halt hier. Kommt ihr alleine? Na? Du bist übrigens fast tot und so war. Dieser Ulti von der, äh, Caitlin. Oh, ist der Teuer jetzt wirklich heile geblieben? Oh Mann. Das ist ja krass. Wurzel. Ähm, dann muss man halt den Bildschirm verbewegen, ne, damit man es überhaupt findet. Ja, deswegen, äh, spiele ich mit freier Kamerl. Huch! Kina, du bist tot. Ja, du bist tot. Hallo. Schön, Tower. War schön mit dir. Aber blau, Oli. Das war mein Tower, ja. Finger weg davon. Sind die alle gerade unten? Ist ja heftig. Komm, mach mal hier mit den, den. In den Weg. Ich hab nicht gestört. Das ist ein Obacht in den Hieb. Ja, das, ja. Aber ich hab dein, weil du ja deine Arbeit nicht vollständig geleistet hast, musste ich das ja auch noch machen, weißt du? Ich geh jetzt weg. Na gut. Bein wegen. Guck mal, die machen gar nichts. Paddling ist easy. Sag doch, die machen nichts. Okay. Na, 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 ärgere den doch nicht so sehr. Wenn der jetzt sauer ist, dann bist du tot. Dann darf man halt nicht zu sehr verärgern. Du musst immer ein Mittelmaß zwischen verärgern und, äh, und verarschen. Ja, und mobbing. Genau. Du musst immer ein gutes, sauberes Mittelmaß halten. Vor allem, wenn hier fünf sind, die wir gerade beschäftigen. Dann gehen wir besser wieder. Okay, na gut. Wir können auch nicht gehen. Ich denke, wir gehen. Hier sind zu viele. Pass auf, wir gehen hier in den Wald. Warte, wir gehen hier in den Wald und dann warten wir. Okay, und überraschen die. Ja, genau. Wir warten jetzt hier so und bleiben uns hier stehen. Okay, jetzt siehst du, jetzt gehen die alle wieder mit. Jetzt gehen wir wieder runter. Jetzt gehen wir wieder deren, deren. So. Sag mal. Haha, verarscht. Ha, wir sind gar nicht weg. So, und dann holen wir uns jetzt den, äh, Inhip, würde ich sagen. Siehst du, lassen sich jetzt in der Mitte ein bisschen ärgern und das ist mein Inhip. Siehst du, hast du gesehen? Jetzt haben wir sogar noch einen Inhip geholt. Sag mal. Die sind voll gut. Und ich kann brutzeln. Oh, das war daneben geschossen. Guck mal, der jetzt, äh, unten ist ja, oh, vier. Na gut, dann gehen wir jetzt in den Wald. Sora ist aber auch ein AD Carry, im Gegensatz zu dir. Ich habe ein Proto-Belt und habe ihn nie benutzt. Oh, Gisela, Gisela. Komm, ich will auch nochmal meine Ulti einsetzen. Bitte nur einmal. Dankeschön, dass du da gewartet hast. Das ist so ein Dieb von dir. Äh, äh, äh. Äh, äh, chill, 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 chill. Chill, Mann, chill, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, chill. Das war meiner. Oh, der wäre tot gewesen. GG, schöne Runde. Ich glaube, die hat einen AFKler, oder? Fies. Untertitelung des ZDF, 2020